Der Zustand unserer Ozeane. Warme und kalte Meeresströmungen halten die Ozeane in Bewegung. Geschätzte 5 Billionen Plastikteile treiben in riesigen Müllstrudeln. In einem Müllstrudel schwimmen 30% des Mülls in den obersten 30 Metern, während 70% auf den Meeresgrund sinkt und sich langsam zersetzt. Das Wasser dazwischen enthält 6 mal mehr Mikroplastik als Plankton. Aber woher kommt all dieser Müll? Verlorene Fracht, Abfallentladungen und Tankreinigungen von Frachtschiffen, unzählige verlorengegangene Netze und Leinen aus der industriellen Fischerei sowie geschätzte 2,6 Milliarden Liter Öl landen weltweit pro Jahr in den Ozean. Zudem werden täglich von den größten Kreuzfahrtschiffen bis zu 150.000 Liter Abwasser und 1,5 Millionen Liter Grauwasser in die Meere geleitet. 20% der Verschmutzung gelangt so direkt in den Ozean, während 80% über Flüsse in die Meere geschwemmt wird. Die Wege des Abfalls von Industrienationen und Entwicklungsländern sind grundlegend verschieden. Bis zu 2000 Mikrofasern können sich beispielsweise bei jedem Waschgang aus Polyesterkleidung lösen. Viele Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastikteile, die von Kläranlagen meist nicht herausgefiltert werden können. Zudem können Düngemittel und Pestizide in Küstengebieten zu Todeszonen führen. In den Entwicklungsländern werden illegale Mülldeponien bei Starkregen in die Flüsse geschwemmt. Außerdem gelangen giftige Chemikalien wie Quecksilber durch Goldschürfen in die Gewässer. Und beim Textilfärben werden bis zu 7000 Chemikalien verwendet und teils ungefiltert in die Umwelt geleitet. Weltweit gelangen durch Unfälle immer wieder giftige Industrieabwässer in die Flüsse und letztendlich in unsere Meere. Die Folgen für das marine Ökosystem sind gravierend. Geisternetze stellen für rund 100.000 Meeressäuger sowie Millionen Fische und Vögel jährlich eine tödliche Falle dar. Fische fressen Mikroplastikteile, die, aufgeladen mit giftigen chemischen Substanzen, letztendlich auf unserem Teller landen. Ein Liter Öl kann bis zu eine Million Liter Trinkwasser verseuchen. Mit dem Wasser aufgenommen, führt es bei Seevögeln, Säugetieren, Fischen und Mikroorganismen zu Organschäden und zum Tod. Wissenschaftlern zufolge sind ca. 30 bis 55 Prozent der Fischbestände überfischt. Oder zusammengebrochen. Die weltweite Fischfangflotte wird auf 4,7 Millionen Schiffe geschätzt. Während die Schiffe immer moderner werden und größere Mengen effizienter fangen können, sinkt die Beschäftigungsquote mit der Industrialisierung rapide. Aber wie kommt es zum Zusammenbruch der Bestände? Sobald mehr Fische gefangen werden, als sie Nachwuchs produzieren können, schrumpft die Population. Durch den Einsatz von modernen Schiffen mit Sonardetektion und einer Netzöffnung von bis zu 23.000 Quadratmetern werden ganze Fischschwärme in einem Zug weggefischt. Durch unselektive Fangmethoden gehen neben der Zielart noch zahlreiche andere Meerestiere als Beifang ins Netz. Darüber hinaus haben viele der eingesetzten Fanggeräte negative und zum Teil zerstörerische Auswirkungen auf die Meeresökosysteme. Laut den offiziellen Fischfangdaten der FAO war der Gesamtfang 1996 mit 86 Millionen Tonnen am höchsten und liegt seither relativ stabil bei ca. 80 Millionen Tonnen. Wissenschaftler haben hingegen nicht gemeldete sowie illegale Fänge und den Beifang abgeschätzt und kommen in einer Studie auf bis zu 130 Millionen Tonnen Fisch. 30% der Thunfischbestände sind überfischt. Seit 1950 ist der Thunfischfang stark angestiegen. 2014 wurde laut FAO über 5 Millionen Tonnen Thunfisch gefangen. 3 Millionen Tonnen davon waren Bonitos, die hauptsächlich in Dosen konserviert werden, gefolgt vom Gelbflossen-Thunfisch, der unter anderem als Sushi beliebt ist, sowie dem Großaugen- und Weißen-Thunfisch. Professor Daniel Pouli, University of British Columbia. Die Erfahrungen zum Beispiel in den USA und Norwegen zeigen, dass die wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftung von Fischereien dezimierte Bestände wieder aufbauen kann. Außerdem können Fangquoten so eingestellt werden, dass die Biomasse der befischten Bestände auf einem Niveau gehalten wird, welches das Risiko des Kollabierens reduziert und gleichzeitig eine profitable, nicht subventionierte Fischerei ermöglicht. Aus diesem Grund ist die anhaltende Überfischung in vielen Teilen der Welt äußerst ärgerlich. Das war der wunderbare Animationsfilm von Esther Constaller, den finden Sie auch im Netz. Und begrüßen Sie jetzt mit einem kräftigen Applaus Rainer Fröße vom GEOMA-Forschungszentrum in Kiel, der uns zunächst einen kleinen Impuls gibt über bedrohte Meere aus der Sicht des Fischereibiologen. Rainer Fröße ist einer der, wie soll ich sagen, altgedientesten Meeresforschern, die sich mit Fischerei beschäftigen. Das ist ein Kompliment. Ja, das ist ein Kompliment. Und nicht einer, der immer das sagt, was die Politik gerne hören möchte. Deswegen freut es mich sehr, dass du hierher gekommen bist zur 11. Hamburger Klimawoche. Und wir freuen uns jetzt über deinen kurzen Impulsvortrag und dann anschließend diskutieren wir weiter. Danke. Alles klar. Applaus nochmal. Eins, zwei, drei. Okay, ja, vielen Dank. Und schön, dass wir hier sind heute und über das Thema sprechen. Ich werde so ein paar, der Vortrag vorhin hat im Grunde vieles von dem gesagt, was ich sagen werde. Aber ich zeige ein bisschen die Forschung dahinter, die ich zum Teil auch persönlich gemacht habe und auch mit Kollegen wie Daniel Pauly. Wir arbeiten seit 30 Jahren zusammen. So viel zu altgedient wahrscheinlich. Okay. Das ist mein erstes Bild. Und das ist eine Studie, die im Augenblick läuft, zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und zwar gucken wir uns an, wie sieht das auch mit den globalen Meeren, wenn sich die Umwelt verändert. Wir haben gute Vorhersagen von unseren Ozeanografen, wie sich Wassertemperatur, Salzgehalt, Strömungen, Primärproduktion, also wie viele Algen sind im Wasser, verändern werden im Laufe der nächsten 100 Jahre. Und wir haben uns hier das Jahr 2050 rausgegriffen. Und was wir gemacht haben, ist im Grunde 25.000 Arten zuzuordnen zu den Umweltbedingungen. Wir wissen, wo sie jetzt sind. Wir wissen, was die Umweltbedingungen jetzt da sind. Daraus können wir rausrechnen, was ihre bevorzugten Umweltbedingungen sind. Und dann können wir gucken, ob in 30 Jahren, also nicht weit weg, viele von uns hier im Saal werden das erleben, ob in 30 Jahren diese Umweltbedingungen an dem Ort, wo sie jetzt sind, immer noch gegeben sein werden. Wenn man das macht, kommt man zu dieser Karte, die zeigt in Rot den Verlust an Arten in einem bestimmten Meeresgebiet. Das heißt nicht, dass sie ausgestorben sind, aber das heißt, dass sie da nicht mehr vorkommen. Und wenn man sich das so anguckt, dann sieht man die Roten, das ist bis zu 100% der Arten, die jetzt da sind, werden in 30 Jahren da nicht mehr sein. Man sieht, dass die Tropen hier betroffen sind. Ich darf nicht da reinfallen. Die Tropen sind relativ stark betroffen, aber auch die Pole. Und warum? Das Wasser wird wärmer. Es wird wärmer, als die Fische aushalten können. Und das heißt, die Fische an den Polen, wenn das da 2 Grad wärmer wird, darauf sind die nicht angepasst. Die sind auf fast 0 Grad angepasst. Eine Erhöhung um 2 Grad ist für die mega. Also es ist nicht wie von 20 auf 22, ist wie von 0 auf 100. Es ist viel zu viel. Und die werden verschwinden, die werden verlieren. Und die können auch nirgendwo anders hingehen. Die könnten tiefer gehen, aber tiefer ist es eher wärmer als kälter. Am Grunde der Ozean ist es ungefähr 4 Grad und an der Oberfläche da oben ist es 0 Grad. Die können näher wo hingehen, die werden wahrscheinlich aussterben. Die in den Tropen, hier sehen wir das, denen wird es auch zu warm, die werden wegwandern, die gehen in die Subtropen. Und die hier sind subtropisch, die wandern nach den Polen hin. Also das sind so Wanderbewegungen, aber die sind ziemlich kritisch. Das heißt, dass Länder wie Indonesien, Philippinen, Malaysia ihre Fische verlieren werden. Die, die am meisten darauf angewiesen sind, Micronutrients, wie immer das auf Deutsch heißt, von Fischen zu bekommen, die werden ihre Fische verlieren. Und das in den nächsten 30 Jahren. Wir sprechen nicht in 100 Jahren. Wir haben auch keine großen Unsicherheiten, vorherzusagen, wie das mehr in 30 Jahren sein wird. Also hier ein Riesenproblem. Dann die globale Fischerei wurde angesprochen. Fortschreitende Technik hilft uns manchmal. Hier haben alle Schiffe über 12 Meter weltweit vorgeschrieben von der International Maritime Organization, dass sie einen kleinen Sender an Bord haben müssen, der beständig jede Sekunde ihre Position, ihre Geschwindigkeit, ihren Kurs durchgibt. Nennt sich AES, Automatic oder Identification System. Okay. Die kann man auswerten und dann kriegt man diese Karte. Und dann sieht man, wie viele Schiffe weltweit unterwegs sind. Und das ist natürlich ein Problem, wie wir gehört haben, weil die Blasen schwefeln in die Luft. Die fahren ja immer noch mit Schweröl. Das ist das dreckigste Öl, das man sich vorstellen kann. Erst langsam kommen jetzt Regulierungen in Kraft, dass in bestimmten Gebieten sie umschalten müssen von Schweröl auf normalen Diesel. Das ist ganz neu. Im Hoher See fahren die alle noch mit dem dreckigsten Stoff überhaupt. Da kommen so gelbe Schwaden oben raus, die man auch manchmal sieht in der Nordsee oder der Ostsee. Am Horizont, wenn die Sonne so merkwürdig aussieht, ja, das sind die Schwefelausdünstungen der Schiffe. Die stoßen natürlich jede Menge CO2 aus, die machen Lärm unter Wasser. Die haben aber auch alle Antifaulung auf ihren Höhlen, damit da keine Algen drauf wachsen, keine Seepocken drauf wachsen, sich nicht sonst festsetzt, was ihre Geschwindigkeit bremst, werden die mit Gift angestrichen. Das Gift wird kontinuierlich ins Wasser abgegeben, damit sich da nichts draufsetzt. Das nennt sich Antifauling. Das wird alle zwei Jahre erneuert, damit weiter Gift abgegeben wird. Also auch das ist ein Riesenproblem. Ballastwasser ist ein Problem, weil darin, also wenn die Schiffe leer sind und zum nächsten Hafen leer fahren müssen, damit sie nicht umkippen, haben sie Tanks am Boden, da laden sie Wasser rein. Mit diesem Wasser von der Umwelt haben sie auch Eier drin, von Krebsen, von allen möglichen Organismen und fahren dann mit diesem Ballastwasser woanders hin und pumpen das da wieder raus, wenn sie die Ladung aufnehmen. Und über dieses Ballastwasser haben wir jede Menge eingeschleppter Arten in der Nordsee und der Ostsee, aus dem Schwarzen Meer, aus China, aus allüberall. Die Wollhandkrabbe ist aus China, breitet sich bei uns massiv aus, eine Grundel in der Ostsee, aus dem Schwarzen Meer breitet sich massiv aus, verdrängt andere Arten. All das ist ein Problem, das man einfach lösen könnte, indem man das Ballastwasser zum Beispiel heizt. Schiffe produzieren jede Menge Hitze in ihrer Maschine, dann brauchen wir nur Heizschleife reinzulegen, wenn man es über 60 Grad erwärmt, stirbt Leben ab. Wäre das gelöst, macht man nicht, kostet ja irgendwas. Und natürlich haben wir Kollisionen, Schiffe kollidieren mit Walen, regelmäßig. Also eine der Haupttodesursachen von Walen ist nicht nur der Walfang von Japan, Norwegen und Island, sondern auch Kollisionen mit Schiffen, die 20 Knoten schnell fahren. Wale schlafen an der Oberfläche, die Hälfte des Gehirns guckt so ein bisschen, aber es reicht nicht aus, um rechtzeitig auszuweichen, wenn die relativ schnell ankommen. 20 Knoten sind ungefähr nicht ganz 40 Stundenkilometer, 38 Stundenkilometer etwa, mal 2 minus 10 Prozent. Okay, gut. Also das dazu. Und übrigens diese Karte, man sieht, wo sie sind, überall. Die Kontinente sind nicht eingezeichnet. Die ergeben sich einfach als schwarzer Hintergrund. Das ist keine Karte, das sind nur die Schiffsbewegungen. Okay, da drunter waren auch Fischereifahrzeuge und das bringt uns zu dem nächsten Thema, das angesprochen wurde, wo wird weltweit gefischt? Und man sieht überall, wo es hier grün ist, wird gefischt. Aber da, wo es dunkelblau ist, wird besonders viel gefischt. Und das ist hier in Europa, Nordsee sehen wir hier, um England herum, aber auch um Dänemark herum, Kattegat, Skagerak und China. Hier, da wird am meisten gefischt von überall, aber auch in der Hohen See. Also es gibt im Grunde keine Rückzuchtgebiete für Fische. Überall wird massiv gefischt. Und die Hauptfänge werden an den Küsten gemacht und nur sehr wenige Fänge werden eigentlich auf hoher See gemacht. Man könnte diese Fänge auch an den Küsten machen, weil die meisten Arten hier Wanderfische sind. Die kommen also auch an die Küsten, man könnte sie da fangen. Deshalb ist es im Augenblick ein Vorschlag vor den Vereinten Nationen, die hohe See komplett zu sperren für Fischerei. Das würde für die internationale Ernährung keine große Rolle spielen, weil, wie gesagt, die meisten Arten kommen sie sowieso irgendwann an die Küste. Aber es wäre ein riesiges Schutzgebiet. Das hätte noch mehr Implikationen, weil Hochseefischerei ist nicht kontrolliert. Es ist außerhalb der Hoheitsgewässer quasi ein rechtsfreier Raum. Das stimmt zwar nicht ganz, aber ich sage das mal so, weil es nicht kontrolliert wird. Ein quasi rechtsfreier Raum, in dem unter anderem immer noch Menschenhandel und Sklaverei stattfindet. Das glaubt man nicht, wenn man hier in Hamburg sitzt. Das ist aber so. Die Fischereischiffe, das sind junge Leute, die von ihren Eltern losgeschickt werden, Geld zu verdienen für die Familie, die dann auf solche Boote gesetzt werden. Die fahren raus, die kommen jahrelang nicht zurück. Die Leute haben sowieso keinen Pass oder irgendwas. Die sind da wie gefangen und müssen auf diesen Booten arbeiten für Lohn oder auch keinen Lohn. Und wenn die über Bord fallen, sterben, interessiert das auch niemanden. Es wird nicht registriert. Also es sind katastrophale Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsverletzungen auf der Hohen See, weil es da keine Kontrolle gibt. Okay, noch mal zu meiner eigenen Arbeit. Hier ist etwas, was ich erfunden habe, so im Jahr 2000, glaube ich, zusammen mit einer Kollegin. Und zwar wollte ich damals wissen, wie geht es eigentlich den Fischbeständen weltweit? Und die Vereinten Nationen haben eine Datenbank, wo alle Länder ihre Fänge hinberichten. Und ich habe eine ganz simple Rechnung hier gemacht, wenn wir uns in verschiedenen Kategorien, aber wenn wir uns auf diese Kollaps zusammengebrochene Bestände angucken, sind einfach die, die weniger als 10% der Fänge liefern, die sie mal geliefert haben. Okay, die haben also mal sehr hohe Fänge geliefert und jetzt liefern sie nur noch so viel. Und da wir kein Management haben, kein effektives, heißt das, die Bestände sind quasi zusammengebrochen. Das war die Methode. Man sieht ja noch so ein bisschen, es gibt Bestände, die also erst spät angefangen wurden zu fischen und so weiter und so weiter. Das hat einen ziemlichen Aufschrei gegeben, ein paar Jahre später, als Boris Worm, ein Kollege, diese Methode benutzt hat, um vorherzusagen, dass im Jahr 2048 alle Fischbestände zusammengebrochen sein werden. Einige von Ihnen erinnern das vielleicht, das ging durch die Medien vor 15 Jahren, 2006 oder so, ich hatte das rausgebracht, hat Riesenkritik ausgelöst. Aber der Punkt ist, hier sind die offiziellen Statistiken der FAO, die das inzwischen übernommen hat, von 75, deswegen hier nur halb, wir liegen immer noch auf der Linie. Also die Vorhersage, dass im Jahr 2048, natürlich kommt es auf ein Jahr nicht an, die meisten Bestände weniger als 10% ihrer maximalen Fänge liefern werden, wir sind immer noch voll auf der Linie. Dann habe ich mir angeguckt, Europa. Das Thema ist ja immer global denken, lokal handeln. Wir leben in Europa, also gucken wir mal erst vor unserer eigenen Haustür, bevor wir andere kritisieren. Und ich habe mir mit Kollegen zusammen die Bestände in den europäischen Gewässern angeguckt, ungefähr 400 werden befischt. Offizielle Bestandserfassung gibt es nur für 100, die anderen sind angeblich nicht wichtig. Wir haben das mal für alle gemacht. Und was man sieht, mit dem Hintergrundfarbe, ist hier erklärt, also eigentlich müssen Bestände so befischt werden, dass sie den sogenannten maximalen Dauerertrag liefern können. Das heißt, sie müssen groß genug sein, dass sie auch hohe Fänge liefern können, ohne zu schrumpfen. Das heißt es im Prinzip. Die Frage ist dann hier, wie viele der Bestände, die hier gefischt werden, sind in einem solchen Zustand. Und gelb heißt, es sind etwa 60% und dunkelrot heißt, es sind weniger als 20%. Man sieht so ein Gefälle von Norwegen, in der Barentssee, bis runter zum Mittelmeer und man sieht, wie stark überfischt wird, aber auch bei uns in der Nordsee und in der Ostsee. Und ja, das habe ich vorgestellt im Europaparlament. Ich bin eingeladen worden und ja, man tut, was man kann. Und der Punkt ist, wir können ausrechnen, was für Fänge denn unsere Bestände liefern würden, wenn sie groß genug wären, wie ich das gerade erklärt habe, im Unterschied zu dem, was sie jetzt liefern. Im Augenblick ist der Fang, von dem ich ständig gezeigt habe, etwa 8 Millionen Tonnen, 8,8 Millionen Tonnen. Wenn man sie nachhaltig bewirtschaftet, wenn man erlaubt, dass sie wachsen, würden wir 5 Millionen Tonnen mehr bekommen. Also immer diese Horrorgeschichte, oh, wir können keinen Fisch mehr essen, wir müssen viel weniger Fisch essen und so weiter. Das stimmt alles nicht. Das sind Märchen, die uns erzählt werden, die einfach nicht stimmen. Wenn wir die Bestände nachhaltig bewirtschaften, wenn wir sie auf die richtige Größe wachsen lassen, können sie höhere nachhaltige Fänge liefern. In Europa 5 Millionen Tonnen mehr. Ein Zuwachs um 57 Prozent wäre möglich. Und die Frage ist, wie lange dauert das, bis man da hinkommt? Zwei bis vier Jahre. Also von all den Problemen, die die Ozeane haben, von allen Problemen, wie Klima, Verschmutzung, Mikroplastik, alles, was wir gehört haben, ist Überfischung das Problem, das am schnellsten und einfachsten gelöst werden kann. Und es würde auch nichts kosten. Ganz im Gegenteil, das würde Geld bringen. Warum? Im Augenblick kann die Überfischung nur so massiv betrieben werden, Riesenaufwand, um kleine Fänge zu bekommen, weil wir das mit Steuergeldern bezahlen. Das nennt sich Subventionen. Der Diesel, den die verbrauchen, wenn die diese Riesennetze schleppen, ist massiv. Also sagen unsere Regierungen, okay Jungs, weil ihr so viel Diesel braucht, müsst ihr keine Steuern drauf zahlen. Also die Fischer zahlen für einen Liter Diesel so etwa 40 Cent. Und sie wissen ja, was sie selbst zahlen müssen, wenn sie an der Tankstelle stehen. Der Unterschied dazwischen nennt man Subventionen und ist massiv. Und das ist der Grund, warum die auch, wenn sie wenig fangen, immer noch ausfahren können, weil sie Subventionen kriegen. Außerdem werden sämtliche Sicherheitsmaßnahmen subventioniert, die Häfen werden subventioniert, also eine lange Kette von Geldern, die da reinfließt, damit die weiterhin überfischen können. Ist doch völlig verrückt. Wir müssen nur aufhören, diesen Unsinn zu machen. Schon rechnet sich das für die nicht mehr. Schon ist der Diesel teurer als der Wert ihres Fangs. Schon hören sie auf, so einen Mist zu machen. Okay. Hier ist nochmal dieses AIS, das ich erwähnt habe, die Satellitenaufnahmen. Diesmal fokussiert auf die Nordsee und gleich auf die Ostsee, nämlich auf die deutschen Hoas Gewässer. Also, global denken, lokal handeln. Wir sind in Deutschland. Was ist eigentlich in Deutschland los? Wir sehen die weißen Punkte, sind alle Fischereiaktivitäten. Hier im Mai bis November letzten Jahres. Und man sieht, wo am meisten gefischt wird. Und die Frage ist auch, bringen Schutzgebiete was? Das ist die Frage, die wir hier gestellt haben. Ein Paper, das Ende letzten Jahres in Science, einer der zwei besten wissenschaftlichen Zeitschriften weltweit rausgekommen ist, viel Aufregung verursacht hat. Da haben wir also diese Daten benutzt, um zu gucken, was bringen Schutzgebiete. Erstmal zum Erklären, was wir sehen. Wir sehen, dass einige Gebiete hier nicht befischt werden. Warum nicht? Natürlich wird ein Windpark gebaut. Okay? Hier sehen wir einige Gebiete, die nicht befischt werden. Warum nicht? Verkehrstrennungsgebiete, da dürfen sie nicht fischen. Also es gibt bereits Gebiete, wo nicht gefischt werden darf. Wunderbar. Wir sehen hier so einen Knick, etwa so ein großes Gebiet, wo sehr wenig gefischt wird. Warum? Weil das Munitionsgebiete sind. Da liegen Giftgasgranaten und Explosionsstoffe. Und viele der Fischer, denen ist das zu riskant, da zu fischen. Einige gehen da trotzdem rein, wie wir sehen. Aber die meisten vermeiden das. Also, das Verhalten der Fischer kann durchaus durch Gesetze und Gegebenheiten beeinflusst werden. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo denn die deutschen Schutzgebiete sind. Hier ist eins, Borkum-Riff. Wir sehen, das interessiert die Fischer überhaupt nicht. Right? Wird voll drin gefischt, Grundschleppnetze, alles Mögliche. Wir haben hier ein weiteres, das ist Sylter Außenriff. Wird voll drin gefischt, nur nicht in der Hälfte Munition liegt. Innenriff, das liegt im Munitionsgebiet, aber wird trotzdem, es ist nicht so, dass an der Grenze hier plötzlich irgendwas aufhört. Das interessiert die Fischer überhaupt nicht. Warum? Es ist nicht verboten. In unseren Schutzgebieten, wie auch in vielen anderen, darf grenzenlos gefischt werden. Also, die Fische werden da nicht geschützt. Und hier ist Doggerbank, das gleiche Bild wiederum, also, das interessiert die Fische überhaupt nicht, dass es ein Naturschutzgebiet ist, angeblich. Das gleiche Bild für die Ostsee, wir sehen hier Fehmarn-Belt, da wird massiv gefischt, Grundschleppnetze. Wir sehen hier die Kadettrinne, interessiert würde die Fischer gar nicht. und wir sehen hier Adlergrund und andere Schutzgebiete. Auch da im Grunde die Grenze spielt gar keine Rolle. Also, es muss massiv was getan werden, damit Schutzgebiete auch irgendwas schützen. Okay, und das ist mein Letztes, ich will es ja nicht übertreiben, das ist eine Arbeit, die ich gerade jetzt mache. Warum? Europa hat ein gutes Fischereigesetz beschlossen. Das gilt seit 2014 und das sagt, Überfischung in Europa muss im Jahr 2020 spätestens beendet werden. Eigentlich im Jahr 2015, das ist ja schon vier Jahre her, aber spätestens ohne Ausnahmen im Jahr 2020. Ich habe mir also jetzt angeguckt, hier, wie groß sind die Bestände? Im grünen Bereich sind sie groß genug und können diese schönen, guten Erträge liefern. Im roten Bereich, und hier sind sie zu klein und auf dieser Achse sieht man den Fischereidruck, wie hart werden sie befischt. Und das ist der maximale Linie hier, der maximale Fischereidruck, den Sie aushalten können und darüber ist Überfischung. Was wir hier im roten Bereich sehen, ist, der Bestand ist viel zu klein und wird viel zu hart befischt. Und die Punkte sind alle Bestände, Fischbestände in europäischen Gewässern im Jahr 2018. Das war letztes Jahr. Also, obwohl 2015 die Überfischung aufhören sollte, spätestens in 2020, wurde im letzten Jahr noch massiv überfischt. Wer beschließt denn das? Das sind unsere Landwirtschaftsminister. Frau Glöckner sitzt in Brüssel und bestimmt, wie die Bestände in deutschen Hoheitsgewässern oder die von deutschen Fischern befischt werden, nächstes Jahr befischt werden sollen. Da treffen sich also alle Landwirtschaftsminister in einer Sitzung über Nacht, beschließen sie für 200 Bestände, wie hart die nächstes Jahr befischt werden dürfen. Und die könnten in dieser einen Nacht beschließen, okay, wir machen ernst ein Beenden über Fischung, weil das ist eine rein politische Entscheidung. Okay, die setzen die Fänge fest für nächstes Jahr. Die können alle Fänge so festsetzen, dass diese ganzen Punkte auf einen Schlag bang hier wären. Das haben sie bisher nicht getan. Das müssten sie tun. Die nächste Sitzung ist im Oktober für die Ostsee und im November für die Nordsee. Und diese Studie schicke ich an NGOs, an Umweltgruppen, die in Brüssel versuchen, die Fischereipolitik zu beeinflussen, um ihnen Munition zu geben. Die sprechen mit den einzelnen Ländervertretern und allen, die da sitzen. Das ist ihre Arbeit. Das sind Pressure Groups, also Gruppen, die Druck ausüben auf Politiker. Die brauchen wir ja unbedingt, aber die brauchen auch Informationen und das ist die Information, die ich ihnen geben werde, um Druck auszuüben und zu sagen, hör zu, Deutschland, du überfischst immer noch von den etwa 30 Beständen, die du überfischst, ist immer nur die Hälfte überfischt. Die muss jetzt endlich aufhören. Ihr müsst für diese Bestände die Fänge niedriger ansetzen. Und das war mein letzter Slide. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rainer Fröße. Das war ja eigentlich auch ziemlich deprimierend zu sehen, dass vor unserer eigenen Haustür Gesetze nicht eingehalten werden. Ich frage mich, wie kann es angehen, also wenn ich irgendwo falsch fahre, auf der Autobahn, falsch parke in Hamburg, kommt sofort jemand, gibt ein Knöllchen. Wer wäre denn dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Meeresschutzgebiete hier in Deutschland auch geschützt werden? Wer ist denn? Also formal zuständig ist das Bundesamt für Naturschutz. Das arbeitet zu dem Umweltministerium, also Frau Schulze. Hat die Polizisten? Allerdings ist es so, dass man glaubt das alles nicht. Es ist dermaßen kompliziert gemacht worden, dass die bei bestem Willen keine Fortschritte machen können. Zum Beispiel Deutschland will in einem Schutzgebiet in unseren Hoheitsgewässern Fischerei ausschließen. Aber Dänemark hat da traditionell auch gefischt. Zwar nur mit zwei, drei Kuttern, aber immerhin. Europa verlangt jetzt, dass erst mit Dänemark verhandelt werden muss, dass die auch zustimmen, dass Deutschland in seinen eigenen Hoheitsgewässern seine Fische schützt. Die Dänen wollen das aber nicht. Also muss ein Kompromiss gefunden werden. Okay? Das ist nur ein Beispiel. In der Nordsee sind das noch mehrere andere Länder, nicht nur, ist auch Holland drin, Dänemark drin, sind auch zum Beispiel Engländer drin, Polen sind da drin. Mit allen muss verhandelt werden und alle müssen zustimmen, wenn Deutschland irgendwas schützen will. Und wenn das mit allen verhandelt worden ist, dann geht das nach Brüssel und da müssen alle Landwirtschaftsminister aus Europa dem Paket wieder zustimmen und dann muss die Kommission das in Kraft setzen und so weiter und so weiter. in Deutschland versucht das Bundesumweltamt für Naturschutz, dass seit 13 Jahren haben sie einen Prozess gestartet, immer noch wird nichts geschützt, wie ich gezeigt habe. Also der Prozess läuft, aber das ist natürlich ein Hanebüchener Prozess. Es müsste genau andersrum sein, es wird zuerst zugemacht, wenn irgendjemand weiterfischen will, dann gucken wir mal, ob das berechtigte Gründe dafür gibt. Also die Beweislast müsste umgekehrt sein, statt wie jetzt zu sagen, okay, ihr dürft alle weiterfischen, dann gucken wir mal. Also ich finde es sehr unfassbar, René Fröse und vielen Dank für diese tollen Informationen und wir werden uns überlegen, auch bei der Deutschen Meeresstiftung überlegen, was wir da tun können, um diesen Prozess so weit nach vorne zu bringen, dass er a, sichtbar wird und dass b, diese Meeresschutzgebiete wirklich zu Schutzgebieten werden, zu denen sie auch ausgewiesen worden sind. Wir wollen jetzt programmlich gesehen kurz mal noch eine weitere Diskutantin mit ins Boot holen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar Dr. Iris Ziegler, die ist auf einer Konferenz in Konstanz, Süddeutschland. Jetzt wollen wir mal schauen, ob diese Live-Schaltung zustande kommt. Da ist sie schon und lächelt. Hallo Iris, guten Morgen. Hallo. Von aus Hamburg. Hallo, guten Morgen zusammen. Hallo Frank, vielen Dank. Wir hatten es gerade mit Rainer Fröse zu den Schutzgebieten hier in Deutschland und du bist eine Expertin von Shark Project und kümmerst dich insbesondere um den internationalen Schutz und dein Steckenpferd, also dein Lieblingsthema sind die Fischlabels, auf die wir später nochmal eingehen. Aber vielleicht magst du ganz kurz zu der Thematik Schutzgebiete ein bisschen was sagen. Wo bist du denn da gerade? Also ich bin jetzt gerade nicht in Konstanz, muss ich korrigieren, aber Bodensee stimmt schon. Ich bin gerade in Friedrichshafen auf der Interdive und da geht es genau auch um ähnliche Themen, nämlich Schutzgebiete vor allem für Haie und genau das sind eigentlich meine Lieblingstiere, weil bei denen haben wir noch ein viel größeres Problem als nur Überfischung. Wir werden ganze Arten verlieren und wir verlieren in den nächsten Jahrzehnten ungefähr ein Drittel aller heute bekannten Hai- und Rochenarten. Das hat erst Anfang des Jahres der IPASS Report nochmal ganz klar gemacht. Und das ist unsere Mission hier auf der Interdive eben gerade auch Taucher, aber auch andere Wassersportfans über diese dramatische Situation aufzuklären. Und da geht es natürlich auch um Schutzgebiete, weil gerade auch die Haie bräuchten Schutzgebiete und da ist genau das gleiche das Thema, was auch Herr Fröse gerade schon gesagt hat und vielen Dank für den tollen Vortrag. Das ist genau das Problem. Wir haben Schutzgebiete, die den Namen nicht wert sind, weil da darf hemmungslos gefischt werden und da dürfen auch Haie gefischt werden und gefangen werden und genau das passiert auch mitten in Europa. Iris, du hast gesagt, Haie sind wichtig. Rainer Fröse hat die ganze Zeit genickt. Er stimmt also dem zu, was du sagst. Kannst du vielleicht ganz kurz uns erklären, dem Publikum hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt, warum Haie, die manche vielleicht eklig finden, weil sie ab und zu mal Menschen fressen, ich glaube, so viele sind das gar nicht, warum die so wichtig sind für das Ökosystem. Ich glaube, es gibt einen ganz bedeutenden Satz. Ich habe ihn vergessen, aber du wirst ihn sicher jetzt zitieren über die Bedeutung der Haie für unsere Ozeane. Genau. Also die Haie und eklig sind sie absolut nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also wer mal ein Hai gesehen hat, der wird fasziniert sein von der Schönheit dieser Tiere. Also ein Hai in die Augen zu sehen, das ist wirklich was Wunderschönes auch. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um die Bedeutung. Und die Haie sind natürlich die Top-Predatoren, sagt man, also die Top-Räuber in unseren Meeren. Und als solche haben sie eine ganz wichtige Funktion für das gesunde Ökosystem, also für das Zusammenspiel allen Lebens im Meer und damit für das Gesunderhalten der Meere, für unsere auch, damit wir auch zukünftig Fisch als Nahrungsquelle haben und damit wir auch zukünftig vor allem Sauerstoff haben, den wir zum Atmen brauchen. Und auch der kommt, jeder zweite Atemzug, den wir alle tätigen, wird im Meer produziert. Und es ist ganz einfach eigentlich zu sagen und das versteht, glaube ich, auch jeder, vergleicht man es doch mal mit der Serengeti. Dort ist der Löwe, der König. Wenn ich den Löwen rausnehme, dann wird seine Beute erstmal ein tolles Leben haben, weil sie können sich ungestört vermehren. Aber langfristig wird diese Beute, das sind die Antilopen, die Grasfresser, ihre eigene Nahrungsgrundlage zerstören. Und dann bleibt nur noch Wüste. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Im Meer ist das alles viel komplizierter und hängt viel mehr miteinander zusammen wie in einem Netz. Aber letztendlich ist das die Funktion der Haie und anderer Top-Predatoren, die Meere gesund zu erhalten, die Bestände zu regulieren in einem Gleichgewicht und dafür zu sorgen, dass Krankheiten sich nicht ausbreiten können. Ja, vielen Dank, Iris. Wir haben es vorher von Schutzgebieten gehabt und alle, die jetzt hier sitzen oder mich ereilt auch immer wieder die Frage, welchen Fisch darf ich denn nun noch essen? Also es gibt ja NGOs, die sagen, es darf gar kein Fisch mehr gegessen werden. Rainer Fröse sagt, wenn wir die Fische richtig bewirtschaften würden, also nachhaltig bewirtschaften würden, könnten wir sogar viel, viel mehr Fisch essen. Und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mich da orientiere und gucke, da gibt es inzwischen eine ganze Inflation von Stempeln, die auf diesen, auf unsere Nahrungsmitteln drauf ist und du hast dich in den vergangenen drei Jahren, vier Jahren zusammen mit 80 Nichtregierungsorganisationen insbesondere um den MSC, also um dieses Fischlabel MSC gekümmert und festgestellt, dass... Ja, dass es leider heute nicht das hält, was es uns verspricht. Und das ist genau die Problematik. Wir sagen alle zusammen, MSC, we need you. Also wir brauchen sowas wie ein echtes Nachhaltigkeitssiegel, dem die Verbraucher, also jeder, der Fisch einkaufen möchte und dabei nicht die Meere weiter ausplündern möchte und vor allem auch die bedrohten Arten schützen möchte. Weil es geht ja nicht nur über die Überfischung, sondern es geht ja vor allem darum, dass wir Fische so fangen, ohne jede Menge, ich sage es mal, Kollateralschaden zu betreiben, indem wir Haie, Wale, Delfine, was sonst noch alles mitfangen und töten. Und genau das ist das Problem mit dem MSC. Es sorgt nicht mehr dafür, dass der Fisch, der gefangen und zertifiziert wird, genau diesen Beifang auch minimiert. Es duldet, dass Fischereien zertifiziert werden, die zum Teil über 50 Prozent Beifang haben. Und das sind dann zum Beispiel Haie. Oder dass Wale, bedrohte Wale, die es nur noch in Nordosten Kanadas und der USA gibt, noch 400 Tiere. Jedes Jahr sterben Tiere wieder durch diese Fischereien. Das sind Hummerfischereien dort oben. Und das ist unsere Kritik am MSC. Und das ist das, was sich ändern muss, weil nur wenn wir ein Siegel haben, das den Anspruch auch an einen Nachhaltigkeitssiegel wirklich erfüllt. Und dabei geht es, wie gesagt, nicht nur um die Zielarten, sondern vor allem um den Beifang auch. Und ich sage auch, weil das, was Rainer Fröse gesagt hat, ist absolut richtig. Nur wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nicht diesen Kollateralschaden betreiben. Und damit ist es nicht getan, wenn wir sagen, wir fischen weniger oder lassen sich die Bestände erst mal erholen, sondern wir müssen anders fischen. Wir müssen selektiver fischen. Wir müssen den Fisch fangen, den wir wirklich dann essen und nicht noch mal genauso viel oder noch mehr als Abfall, als Müll ins Meer entsorgen, sterbend oder gar tut. Also nun wird ja unser Publikum hier in Hamburg nicht selber fischen gehen. Vielleicht der ein oder andere an der Elbe wird da sicher die unglaubliche Entdeckung machen, dass die Fischarten sich in den vergangenen 10, 12 Jahren um 50 Prozent schon verändert haben durch den Klimawandel. Wir sind ja hier auf der Klimawoche. Aber was kannst du den Verbraucherinnen und Verbrauchern denn wirklich mitgeben? Sollen Sie gar keinen Fisch kaufen oder nach was sollen Sie gucken im Laden? Gretchen-Frage. Gretchen-Frage. Schwere Frage. Also natürlich ist es so, dass wir nicht sagen können, wir essen jetzt alle keinen Fisch mehr. Und man muss dabei ja auch wissen, es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern es geht um die ganze Welt und viele andere Menschen haben gar keine andere Möglichkeit, Protein zu bekommen. Aber was ich Ihnen raten möchte, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher. Zum Ersten essen Sie weniger Fisch und wenn Sie Fisch essen, dann tun Sie diesen Fisch bitte nachhaltig einkaufen. Das heißt, Fisch, der wirklich so gefangen worden ist, dass keine anderen Meeresbewohner deswegen gestorben sind. Und den gibt es, nur der ist deutlich teurer und der muss auch teurer sein, weil ich kann nicht erwarten, dass zum Aldi-Discounterpreis ich die gleiche Nachhaltigkeit, die gleiche Selektivität habe, wie wenn eine Dose Thunfisch, das sage ich mal ganz salopp, 5, 6 Euro kostet, statt 1,90 Euro. Und dann gibt es natürlich auch noch den guten alten Karpfen. Und vielleicht wäre auch das mal wieder eine Alternative für einen Sonntagsbraten und einen Sonntagsfisch, mal wieder den Karpfen auf den Tisch zu bringen, weil den kann man wirklich nachhaltig züchten und sogar vegetarisch ernähren. Und dieses Umdenken wäre ganz wichtig. Und dann natürlich, Frank, du hattest es schon angesprochen, keiner kann aufs Meer rausfahren. Keiner kann schauen, wie wird denn wirklich gefangen? Wie viele Delfine sind dafür gestorben? Deswegen brauchen wir ein glaubwürdiges Siegel. Und wenn Sie als Verbraucher diesen Druck aufbauen, und das wäre mein Appell an Sie und auch der Appell von inzwischen 89 Umweltschutzorganisationen und bekannten Wissenschaftlern, und die genau das Gleiche fordern, das MSC muss wieder dafür stehen, was es eigentlich mal sein sollte. Ein Goldstandard für Nachhaltigkeit und Meeresschutz. Und wenn Sie das, Ihren Händler, wenn Sie zu Ihrem Einzelhändler gehen, wo Sie immer einkaufen, und dem sagen, das ist nicht in Ordnung. Und wenn das genügend Menschen tun, dann werden die Händler an das MSC rangehen und dort Änderungen fordern. Und das wird beim MSC eine andere Wirkung haben, als wenn wir als Umweltschutzorganisationen das fordern, weil wir bringen kein Geld. Die Händler und Sie als Kunden, Sie bringen das Geld, weil das MSC verdient auch an diesem Label. Also Sie haben es in der Hand. Danke, Iris, nach Friedrichshaft. Aber das ist ja nicht irgendeine Forderung, sondern es sind ja, wie du gerade richtig sagst, inzwischen 89 Umweltverbände weltweit, die sich dieser Forderung von Shark Project oder dieser Gruppe, die sich darum kümmern möchte, dass das MSC-Siegel wieder zum glaubwürdigen Siegel wird kümmern. Und wir haben auch der Landwirtschaftsministerin einen Brief geschrieben und gesagt, so geht es nicht weiter. Da hat sie aber erst mal abgewimmelt und gesagt, naja, wir haben ja Fischereiwissenschaftler bei uns im Team, Klammer auf, die auch im Beirat des MSC sitzen und die sagen, es ist ganz anders. Also ich glaube, da müssen wir uns noch auf eine weitere Konfrontation und weitere Diskussion einstellen. Aber zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es möglich gemacht hast, heute Morgen hier mit dabei zu sein. Und aber es ist schon erstaunlich, es stimmt, was die Gewinne angeht, wenn die illegal fischen und einen begehrten Fisch wie diesen, das war nicht Dorsch, das war, was war der Fisch? Wie auch immer. Arktis Dorsch, oder? Arktis Dorsch. Ja, Dorsch ist immer so ein Name. Anyway, wenn man die verkauft, hat man im Grunde in einer Fangfahrt den Wert des Bootes raus. Okay? Der Fang ist so viel wert wie das gesamte Schiff. Von daher rechnet sich das für die, von daher können sie auch mal ein Boot versenken, weil die drei oder 30 anderen, die weiterfahren, haben das gleich wieder drin. Und das erklärt, warum sie solche verrückten Maßnahmen machen, denn es war ganz eindeutig, dass es natürlich mit nichts zusammengestoßen ist und auch das Feuer war wahrscheinlich fake, da haben sie hinten ein bisschen in Altöl abgefackelt. Also schon sehr, sehr dramatisch, aber im Grunde alles illegales Verhalten, das auf den, in der Hochsee stattfindet. Deshalb ursprünglich auch meine Aussage, eigentlich müsste man die Fischerei in der Hochsee dicht machen. Wir verlieren nichts in der globalen Ernährung, weil die meisten der Fische auch in andere Gewässer kommen, aber wir würden all dieser illegalen Fischerei ein Ende setzen. Also bei der Verhandlung der internationalen Hochseeschutzgebiete, die momentan aktuell in New York läuft, zur Vorbereitung dessen hat Antje Boetius, das ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, einen Vortrag gehalten im Auswärtigen Amt und sie hatte auf den Punkt gebracht, dass die Hochseefischerei absolut nicht profitabel ist. Das heißt, die Hochseefischerei kann nur deswegen stattfinden, weil wir mit unseren Steuergeldern Subventionen finanzieren, damit dort gefischt werden kann, wo eigentlich nicht gefischt werden sollte. Warum ist das so problematisch, da sofort einen Riegel vorzuschieben? Es gibt einige Länder, die das hauptsächlich machen und Spanien ist eins von denen, China übrigens nicht. China wäre hier nicht das Problem. Russland ist ein anderes, aber auch nicht so stark. Taiwan ist ein Land, das es sehr stark macht. Es gibt einige Länder, die Widerstand dagegen leisten, aber die Chancen, das durchsetzen, sind so schlecht nicht. Deswegen gibt es auch eine Kampagne, genau das zu versuchen, also Fischerei auf der Hohen See grundsätzlich zu verbieten. Und naja, hoffen wir mal, dass das durchkommt. Und wie weit sind wir davon entfernt? Was könnt ihr als Wissenschaftler dafür tun? Also wir haben ja gehört, dass du eine ganze Menge schon getan hast, dass du die Nichtregierungsorganisationen mit Informationen versorgst. Wie reagiert die Politik darauf? Gibt es da eine Antwort? Können wir da helfen? Es ist unterschiedlich. Das wird im Augenblick in New York von den Vereinten Nationen besprochen. Ich habe keine Informationen, wie weit die sind, wie gut die Aussichten sind. Aber das Thema ist auf der Tagesordnung. Und es wäre die sauberste Lösung. Aber ob unsere Politiker die saubersten Lösungen machen, da habe ich durchaus meine Zweifel. Aber vielleicht nehmen wir mal Fragen aus dem Publikum. Gerne. Wer hat Fragen? Da gibt es eine Frage. Bitte um Kürze. Wie kann man denn verhindern, dass auf Hochsee weitergefischt wird? Einfach immer, wenn man das verbietet. Es muss ja auch kontrolliert werden. Und wie soll das gehen? Brauchen wir irgendwie so eine Meerespolizei? Ich glaube, eine Meerespolizei haben wir, oder? Ja, haben wir. Aber es ist relativ einfach, weil die müssen ihren Fang ja anlanden. Die müssen ja irgendwie in Häfen kommen. Und jeder, der im Hafen seinen Fisch entlädt, muss nachweisen, wo er ihn gefangen hat. Und ich habe ja gesagt, die haben alle Satelliten inzwischen. Die können sie natürlich ausschalten. Aber wenn sie ohne so ein Signal in Hoheitsgewässer einlaufen, dann sind sie sofort auffällig. Die Küstenwache, die dort ist, sieht sie und sieht, dass sie kein Signal haben. Wenn sie das da erst einschalten, sieht man das auch. Und drittens, die müssen irgendein Licht haben. Die können nachts, okay? Man kann von Satelliten inzwischen auch die Lichter sehen. Und man würde auch da sehen, da ist ein Fahrzeug, ein Licht, das sich bewegt, das sein Signal nicht eingeschaltet hat. Also das Verstecken heutzutage auf hoher See ist ganz schwierig geworden. Und von daher war die Kontrolle in diesem Fall nicht das Problem. Es wäre relativ einfach zu kontrollieren. Wenn ein gesamter Bann da ist, wäre es einfach zu kontrollieren. Wenn man nur Teillösungen hat, dann ist das total schwierig zu kontrollieren. Aber etwas komplett zu verbieten, ist einfach zu kontrollieren. Weitere Fragen zu dem Thema Fischerei? Ein Professor Rainer Fröse aus Kiel. Ich glaube, Sie sind alle noch geplättet von diesen Bildern. Also ich auch. Ich habe das nicht für möglich gehalten und würde mir auch wünschen, dass diese Aufnahmen mal im deutschen Fernsehen gezeigt werden. Ich denke, die Politik muss das mal gesehen haben, wie groß die kriminelle Energie ist, die da dahinter steckt. Etwas anderes, was mich noch interessiert. Wir haben vorher diese Zahlen gesehen von der FAO. Das ist die Welternährungsorganisation. In Rom sitzt die. Und über diese Zahlen wird unter Fachleuten viel diskutiert. Ich habe immer wieder gehört, dass die Fischereizahlen, also die offiziellen Fischereizahlen einfach gelogen sind, dass sie nicht der Realität entsprechen, dass zum Beispiel viele Fänge, die unterwegs gefangen werden, dann unterwegs auch wieder über Bord gekippt werden, weil es noch einen größeren Fisch gibt, den man irgendwo fangen kann. Was ist da die Realität, Rainer Fröse? Ja, wir haben die traurige Realität, dass ein riesiger Anteil der Fänge wieder tot über Bord geworfen wird, obwohl die eigentlich völlig in Ordnung sind und verzehrt werden können. Wir sprechen von etwa 40 Prozent. Das ist eine Schätzzahl. 40 Prozent. 40 Prozent. Fangen wird wieder tot über Bord geworfen. Das ist eine Schätzzahl für Europa übrigens. Für Europa. Und der Grund ist häufig, wie du richtig sagst, man hofft, dass man noch eine andere Art findet, die einen höheren Marktpreis hat oder noch größere findet, weil die, die man gefangen hat, zu klein sind oder irgendwelche anderen Gründe, die nichts damit zu tun haben, dass das eigentlich gute Fische sind, die man gefangen hat. Gibt es denn niemanden, der das überwacht? Das kann doch nicht angehen, dass gefischt wird, über die Kante gekippt und dann wieder gefischt wird. Das ist wieder ein typisches Beispiel für wie gut sind unsere Politiker. In Norwegen zum Beispiel, das nicht Mitglied der EU ist. Es ist verboten, irgendwas über Bord zu werfen. Alles, was gefangen ist, muss angelandet werden, wird dann angeguckt, wird dann sortiert und so weiter. In Europa war auch dieser Vorschlag da, ist vom Europaparlament positiv beurteilt worden, aber unsere Landwirtschaftsminister, Frau Glöckner und ihre Kollegen, haben darauf bestanden, dass die Fische erlaubt werden muss, irgendwas über Bord zu werfen und also dürfen sie 5% ihrer Fänge über Bord werfen. Also während in Norwegen, wenn die Küstenschutz sieht, dass irgendwas über Bord geworfen wird, kann sie das Boot festhalten und so weiter und so weiter. Wenn die bei uns das sehen, wissen sie nicht, ob das 5% sind oder nicht. Niemand kann das nachrechnen, niemand kann das überprüfen. Also wir haben eine Regelung, die nur auf dem Papier steht und nicht überprüft werden kann, dank unserer Landwirtschaftsminister. Sind nicht irgendwelche gesichtslosen Bürokraten in Brüssel? Das sind unsere Landwirtschaftsminister, die solchen Unsinn wissentlich beschließen und glauben, dass sie damit den Fischern einen Gefallen tun. Also Frau Glöckner war ja letztes Jahr hier auf der Hamburger Klimawoche. Wir werden Sie nochmal einladen und dann wissen wir, zu welchem Thema wir Sie befragen werden. Die nächste Frage von Ihnen, wenn Sie sich kurz vorstellen und die Frage. Ja, mein Name ist Oliver, hallo. Ich gehe nochmal auf diese Landwirtschaftsministerin zurück. Wie groß ist denn die Gruppe der Menschen, also der Fischer, deren Interessen sie dort vertritt im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung? Oder was ist das wirtschaftliche Potenzial dahinter? Was sind die Motivationen dahinter, diese Interessen zu vertreten und nicht die Interessen der Gemeinschaft? Also jemand hat mal die Größe der Fischer verglichen mit der Größe der Nähmaschinenhersteller und gesagt, Fischer sind eigentlich weniger. Aber ihr Einfluss auf die Politik ist völlig überwältigend. Während der Einfluss der Nähmaschinenhersteller auf die Politik unbekannt ist. Warum ist das so? Es sind wenige. Die Zahlen bei uns hier sind ein paar hundert. Weniger als die Frauen, die Schleckerfrauen oder irgendwelche gestern Nachrichten, Commerzbank oder irgendwas, was da jeweils entlassen werden soll, ist Tausende. Fischer sind Hunderte. Also zahlenmäßig gibt es überhaupt kein Problem da. Geldmäßig. Man müsste die Fischer maximal vier Jahre bezahlen, damit sie nur extrem wenig fangen, um danach dann gesunde, große Bestünde zu haben. Die Summen, von denen wir sprechen, sind ein paar Millionen. Absolut lächerlich im Vergleich zu irgendwelchen anderen Summen. Okay? Also es ist wirklich, die Politiker wollen es nicht anfassen. Auch wir haben andere Probleme, interessiert uns nicht. Obwohl das, wie ich am Anfang sagte, das Problem ist, das man am schnellsten, leichtesten, kostengünstigsten lösen kann. Mit der größten Win-Win. Mit dem größten Gewinn für alle. Im Augenblick verdienen unsere Fischer, so haben sie einen Gewinnspann von vier Prozent. Australien ist eines der wenigen Länder, das seine Fischerei repariert hat. Keine Subventionen, die zahlen alles selbst, die zahlen sogar die Forschung, Fischereiforschung, selbst aus ihren Gefängen. Die haben eine Gewinnspann von 40 Prozent, nachdem das alles bezahlt worden ist, weil die gesunde Bestände haben. Also unsere Minister, wie der besseres Wissen, die wissen das alles, was ich hier sage, wenn nicht, sind sie ignorant und inkompetent und sollten den Job nicht haben. Aber die meisten wissen das, machen es trotzdem nicht. Das ist ähnlich wie mit dem Klima, wie Greta sagt, ihr wisst das alles seit 30 Jahren, warum habt ihr nichts getan? Warum tut ihr immer noch nichts? Die Frage kann ich auch nicht beantworten, aber die Fischerei wäre das Gebiet, wo wir es am leichtesten können. Es sind sehr wenige und ihr Einfluss ist völlig überzogen. Nochmal zu den Medien, weil ich gerade dabei bin zu schimpfen. Zu den Medien. Ich habe ja oft Reporter, die zu mir kommen und dann noch zum Fischer gehen oder schon beim Fischer waren, aber meistens gehen sie hin. Und ich sehe dann hinterher die Beiträge, da komme ich dann mit einem Satz, der irgendwo halb rausgeschnitten ist und dann kommen also minutenlang Bilder von dem Fischer, wie er da seine Netze hochhält und die lebenden Fische schlachtet, lebendige Fische lebendig schlachtet oder sie auch wie Dupp so in die Ecke wirft, so wie Dreck. Und die sehen das irgendwie nicht. Sobald sie mit dem Fischer gesprochen haben, haben wir hier so etwas wie das Stockholm-Syndrom, wo also die Entführten, quasi die Geiseln, mehr Verständnis für die Geiselnehmer haben, als für die Polizei, die die dann festnimmt. Und das hat was damit zu tun, dass es so wunderbare Bilder sind. Oh, Schiffe, Wasser, Wellen, Wind, kernige Charakteren im Vergleich zu so einem alten Typen wie ich, der im Büro vorm Rechner sitzt. Also wenn man die Bilder vergleicht, klar, die Medien wollen das andere und oh, der macht das schon in der vierten Generation, als ob das irgendwas bedeutet, aber das für sie, oh, das ist wichtig, das kann man dem nicht wegnehmen, der hat jetzt ein Recht darauf, weil sie seit vier Generationen überfischen ein Beständiges kaputt sind, ist das irgendwie ihm nicht wegzunehmen und positiv. Also die Medien sind Teil des Problems in der Fischerei. Dass die Medien auch anders können, sehen wir beim Klima. Wenn ich jetzt Nachrichten gucke, auf einmal sehr positiv vorinformiert die Medien über das Klima. Das war nicht immer so. In der Fischerei sind wir da meilenweit von entfernt. Ja, sie wissen, dass es über Fischungen gibt, aber sobald es lokal wird, gehen sie zu irgendeinem Fischer und dann sind sie auf einmal, ich weiß auch nicht, nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, ein bedrückendes, aber immerhin auch frappierendes Schlusswort, würde ich sagen. Herzlichen Dank, Rainer Fröse, für diese unglaublich beeindruckenden und bedrückenden Informationen. Ich werde versprechen, dass wir nächstes Jahr versuchen, Landwirtschaftsministerin Glöckner oder wer es auch immer sein wird, dann hier zu haben, wieder hier zu haben, auf der Klimawoche. Ich finde, wir müssen diesen Dialog fortsetzen, wir müssen schauen, dass die Politik Politik für die Menschen und für die Nachhaltigkeit und für die Zukunft macht und nicht für irgendwelche Menschen, die kurzfristig viel Geld verdienen wollen damit. Soweit? Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dank auch an Iris Ziegler. Ich werde es später ausrichten. Vielen Dank, dass Sie da waren.